Hallo und herzlich Willkommen. Heute erzähle ich mal ein bisschen was über die Tatsache, dass ich und warum ich ein Problem mit dem Islam habe. Warum habe ich das? Was ist denn genau mein Problem? Und deswegen dachte ich, ich plaudere mal ein bisschen und erkläre, warum ich dieses Problem wirklich habe. Weil früher haben mich Götter nicht interessiert, kein bisschen. Und dann kam so vor, wann war das denn so vor 15 Jahren, mein Chef nach einer Sitzung zu mir und fragte mich, den Wissenschaftler, ob ich denn wisse, dass es wissenschaftliche Wunder im Koran gäbe. Nur zur Erklärung, das war in Kabul. Also kein Chef in einem nichtmuslimischen Land würde sowas fragen. Und natürlich wusste ich es nicht. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber das war der Anfang. Das war das erste Mal, dass ich den Koran aufgeschlagen habe. Und ich hatte auch nach wenigen Zeiten genug. Es war das übliche Gemisch aus Märchen und Propaganda und irgendwie auch, was ich erwartet hatte. Ich habe mal vor Jahren so ein bisschen in der Bibel geblättert und dann auch mal in einigen Veden von den Hindus und Teile der Bhagavad Gita, also diese Rezitation in Versform. Und wie bei allen Göttern und Göttinnen sind diese ja ganz klar durch Menschen erfunden worden. Da sie um die derzeitige Situation, derzeitige Kultur, derzeitige Gesellschaft und derzeitigen Wissensstand entwickelt und angepasst wurden. Und dann noch dazu regional. Das heißt also, die sind immer in der Kultur entstanden zu der Zeit und in dem Gebiet, in dem sie halt dann gelebt haben. Wenn es denn umgekehrt wäre, und das sollte eigentlich jedem eindeuchten, dann würde das Universum, die Menschheit und die Anforderungen gänzlich anders ausgeprägt sein. Vor allem wäre die gesamte Schöpfung durch diesen perfekten und besten aller Schöpfer doch stimmig. Und wenn es nur einen gäbe, dann würden ja alle die, die einen Gott brauchen, diesen dann auch für sich dann vereinnahmen bzw. diesen akzeptieren. Tun sie aber nicht. Jede Gruppe hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen ihren eigenen oder die eigene Gottheit. Das heißt, die Realität, die man erwarten würde, wenn es einen perfekten Schöpferstrich Gott gäbe, irgendwie passt das nicht. Die Realität sieht völlig anders aus. Und alles, was ich an Behauptungen zum Beispiel im Koran gelesen habe und was man überprüfen kann, das stellt sich selbst nach den einfachsten Analysen, selbst nach einer oberflächlichen, logischen Analyse als falsch heraus. Und das reicht von der völlig falschen Darstellung der Geologie zum Beispiel, nach der Berge auf eine flache Erde aufgesetzt werden, um die Oberfläche zu stabilisieren. Bis hin zu mathematischen Fehlern, die heute ein Viertklässler korrigieren könnte, weil zwei Drittel plus ein Achtel und ein Drittel niemals ein Ganzes ergeben kann. Und dann eine Liste mit allen Inkonsistenzen, Ungereimtheiten, Widersprüchen und Fehlern, die wäre, glaube ich, schier unendlich. So, jetzt hatte ich den Vorteil und die einmalige Gelegenheit damals, den Islam direkt im Islam lebend zu studieren. Erst in Abu Dhabi und dann in Doha, wo ich bald schon als der verrückte Atheist begrüßt wurde, weil ich schon bald den Koran und den Islam besser kannte als die Mehrheit der im Land lebenden Muslime. Und trotzdem wurde sofort Tee geholt und dann haben wir uns zusammengesetzt, um das vorher Gelernte mit Tee und leckerem Gebäck einfach mal Revue passieren zu lassen. Und auf diese Weise habe ich Muslime als nette, zuvorkommende, höfliche, freundliche, hilfsbereite und sehr gastfreundliche Menschen kennengelernt. Und habe bis heute Freundschaft mit einigen beschlossen. Allerdings nur Männern. Denn sobald man im Arbeitsalltag oder auch in der Freizeit, Frauen näher kamen, da habe ich dann schnell die Notbremse gezogen. Wenn der Kontakt dann etwas über Schmusen oder was hinausging. Denn schließlich war ich der Kafir. Und eine Muslimin darf keine Beziehung zu einem Ungläubigen haben. Da gibt es draconische Strafen. Das Visum wird sofort entzogen und dann hat man 48 Stunden das Land zu verlassen. Das ist halt die Scharia. Und das ist ein Problem für jeden, der gerne ausgeht und sich mit Leuten trifft. Wobei normalerweise ja männliche und weibliche Personen anwesend sind und sich automatisch Menschen sympathisch finden oder auch nicht. Das ist ein ganz normaler Zustand und das passiert halt. Und das war damals, also lange ist her, gegen Ende der Scharzeit in Teheran noch ganz anders. Wo ich ständig auch sehr, ich sag mal sehr engen Kontakt zu weiblichen Iranerinnen hatte und ohne Probleme, ohne Probleme mit denen ausgehen konnte. Doch hier habe ich heute noch Kontakt zu einigen, die mittlerweile Mütter und eine ist sogar glaube ich Großmutter jetzt geworden, weil sie alle, die ich kenne, das Land verlassen haben, als der Iran zur islamischen Republik Iran wurde und Sharia und Allah in der Verfassung verankert wurden. Und das ist ein Problem für jemanden, der ganz klar belegen kann, dass der Gott des Islam, wie im Koran beschrieben, gar nicht existieren kann. Es ist aber klar, naja glaube ich wenigstens, dass ich kein Problem mit den Anhängern des Islam per se habe. Mit den Menschen, den Muslimen. Ich habe auch kein Problem mit dem Islam, der die Religion ausmacht. Denn jeder kann glauben, beten, fasten, um einen schwarzen Stein laufen, so viel wie jeder will. Das geht mich nichts an, weil es mich nicht tangiert. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, wenn der Islam mich berührt, mir Vorschriften macht, mir droht, mich nötigt, dann habe ich ein Problem damit. Und da ist noch ein zweites Aber. Die Menschen, die den Islam akzeptieren, müssen zwingend kritisches und rationales Denken zu einem großen Teil ausschalten. Oder wenigstens auf ein Minimum runterschrauben. Weil man erst an Götter glauben muss, dann erst in der Lage ist, den Koran als ein Buch ohne Fehl und Tadel zu akzeptieren. Also ein Buch, welches, naja realistisch gesehen, extrem schlecht geschrieben ist. Zum großen Teil völlig unverständlich ist. Gefüllt mit inkonsistenten Behauptungen, Widersprüchen und Fehlern, sowohl grammatikalisch als auch inhaltlich. Und die Anhänger des Islam neben dies aber völlig anders war. Die sind da völlig unkritisch und verteidigen diesen unmoralischen und brutalen Inhalt auch noch. Und das ist für mich ein Problem. Ja, ja, es stimmt. Ich habe ein Problem mit einer Ideologie, die Menschen so weit beeinflussen kann, dass diese unmenschlich agieren. Also Flugzeuge in Wolkenkratzer stürzen, Frauensäure ins Gesicht schütten, weil diese sich nicht verhüllen möchten. Oder, wie in meinem Fall, ein ganz normales Hotel überfallen und Menschen hinrichten, die gemeinsam in einem Fitnessraum sich sportlich betätigen. Und dabei habe ich ein persönliches Problem damit. Wenn Menschen so beeinflusst werden können, dass sie auf zufällig anwesende Personen schießen und in diesem Fall auf mich. Ich habe da ein Problem mit. Ja, ich habe ein Problem mit Menschen und deren Götterglauben, wenn die für sich beanspruchen, anderen Menschen, aber besonders mir, mir persönlich, Vorschriften machen zu können, wie ich zu leben habe, was ich zu tun und was ich sagen darf, wenn dies auf Grundsätzen von Kultur und Gesellschaft von vor 1000 Jahren und 5000 Kilometer weit weg basiert. Aus einem brutalen und völlig unmoralischen Buch, das Sklaverei propagiert, Menschen unwürdige Behandlung und dazu noch extrem brutal ist. Ist es denn kein Problem für jemanden, wenn eine Ideologie noch nicht mal Halt macht vor Inzest und der Heirat von alten Männern mit kleinen Mädchen? Das muss doch für andere auch ein Problem sein. Und es ist für mich ein Problem, wenn der Islam eine eigene, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es gibt eine eigene Menschenrechtsdeklaration, die nicht auf Menschenwürde aufbaut, sondern auf einem tausend Jahre alten Rechtssystem der Scharia, die zum Beispiel explizit Frauen diskriminiert. Das heißt also, es gibt eine Islam-Menschenrechtsdeklaration, die sich unterscheidet von der der Vereinten Nationen. Und da habe ich ein Problem mit. Und das sollte eigentlich auch jeder haben. Ich habe auch ein Problem mit Menschen in diesem Fall und deren Götterglauben, wenn die mir und meinen Mitmenschen unsere Freiheiten aberkennen und ihre eigenen Beschränkungen, die auf antiken Aberglauben basieren, als Basis aufoktroyieren wollen. Und ich habe ein Problem mit Menschen und deren Götterglauben, wenn die mir sagen, sie seien etwas Besseres. Weil das so in ihrem schlecht geschriebenen Buch steht. Ich habe auch ein Problem mit Menschen und deren Götterglauben, wenn die mir sagen, der Islam und damit die Scharia würde den Planeten erobern und beherrschen, wo ich nun nichts, absolut nichts mit der Scharia zu tun haben möchte. Ich habe ein Problem mit Menschen und deren Götterglauben, wenn die andere Gruppen diskriminieren und hier immer nur Spaltung reinbringen und die eigene Gruppe als die einzig wahre propagieren. Wenn sie sich selber zu Siegern erklären und alle anderen sich unterwerfen sollen. Wenn sogar verboten wird, Menschen, die anderen Glaubensrichtungen angehören, als Freunde zu haben. Es ist verboten, sie als Freund zu nehmen. Laut Koran darf ein Mann eine andersgläubige Frau heiraten, aber umgekehrt darf eine Frau keinen andersgläubigen Mann heiraten, weil ja der Mann die religiöse Ausrichtung der Kinder bestimmt. Und da habe ich ein Problem damit. Genauso wie ich ein Problem damit habe, dass ein Mann einfach vier Frauen haben darf, aber eine Frau keine vier Männer, weil ja der Mann bestimmen muss, wie die religiöse Ausrichtung der Kinder bestimmt wird. Und der Mann entscheidet das und deswegen muss man wissen, welcher Mann denn jetzt der Vater ist. Obwohl das eigentlich völlig egal sein sollte. Und da habe ich ein Problem mit. Genauso Frauen erben nur halb so viel wie ein Mann. Weil ja der Mann das Familienoberhaupt ist und die Frau nicht zu sagen hat in finanziellen Belangen. Das muss doch jeder Mensch heute auch als Problem ansehen. Und vor allem Frauen. Wieso sehen Frauen den Islam nicht als Problem an? Wenn ich eine Inkonsistenz, ein Widerspruch oder einen Fehler im Koran demonstriere, samt Beispiel und Zitaten von Islamgelehrten und ein Muslim danach einfach mantramäßig behauptet, es gibt keine Inkonsistenzen, Widersprüche oder Fehler im Koran, dann habe ich damit ein Problem. Weil das ist dann kein denkender Mensch mehr. Das ist §1, der Koran ist perfekt. Und §2, falls Inkonsistenzen, Widersprüche oder Fehler gezeigt werden, tritt automatisch §1 in Kraft. Ist es denn ein Problem, wenn Muslime behaupten, sie würden rational und logisch denken, gleichzeitig aber an fliegende Esel und sprechende Ameisen glauben? Na ja, für mich schon. Vor allem, wenn dann noch die Wissenschaften als unzuverlässig dargestellt werden, sobald sie dem Inhalt des Korans widersprechen und zeigen, dass der Inhalt falsch ist. Wenn da etwas übereinstimmt, dann ist das alles wunderbar. Dann zeigt es ja, dass der Koran Recht hat. Na gut, ich habe auch ein Problem, wenn eine Minderheit in einem fremden Land Rechte für sich beansprucht, die den Rest der Bevölkerung immens einschränkt, also autoritär und mit Gewaltandrohung auftritt, um die eigenen Rechte auszubauen und die der eigentlichen Bewohner des Landes einzuschränken. Ein Riesenproblem sogar. Und dieser vermeintliche Herrschaftsanspruch, der ist ja schon an sich ein Problem. Und vor allem ist es für mich ein Problem, wenn der auch noch ausgelebt wird und dann demonstriert wird, dass zum Beispiel in Paris ganze Straßenzüge einfach vereinnahmt werden durch Muslime, die dann Freitag nach Mittag dahin gehen und beten, obwohl diese dort gar nicht wohnen. Die kommen von Kilometer weit her, einfach nur um zu zeigen, wir sind die Stärke. Aber guck doch mal, in Abu Dhabi zum Beispiel, gehe ich doch nicht nackt an den Strand mit einer Flasche Bier nach. Ich passe mich den Gepflogenheiten und Bräuchen des Gastlandes an. Warum kann ich das nicht auch umgekehrt erwarten, wenn die Menschen aus Abu Dhabi nach Deutschland kommen? Warum muss ich dann die Intoleranz von denen tolerieren? Und wenn ein junger Muslim meine Schwester begrabscht, bloß weil die nicht so gekleidet ist, wie er sich das vorstellt, muss ich das tolerieren? Wie kann er uns Vorschriften machen, wenn er in unserer Kultur und unserer Gesellschaft lebt? Und mit diesem Verhalten und diesem arroganten Selbstverständnis habe ich ein Problem. Ich bin erzogen worden, ein verantwortungsbewusster Mensch zu sein. Rücksichtsvoll, ehrlich und tolerant. Das sage ich von mir selber. Aber ich sage auch, wehe, wenn jemand glaubt, mir Befehle erteilen zu können, die idiotische oder gar rückständige und destruktive Aktionen beinhalten. Und da werde ich dann zum Rebell. Und deshalb habe ich ja ein Problem mit dem Islam. Nachdem ich damals die Grundlagen des Islams intus hatte, die primären, sekundären Quellen, die ganzen Stationen in den Geschichten und Traditionen des Mohammeds, seine Gedanken, Taten und Worte, dann ging es ja zu den Gelehrten. Und dann als Rosali, Ibn Kathir, Maududi, Tamir und wie alle, als die durch waren, dann habe ich mich mit der Entstehungsgeschichte beschäftigt. Und ich hatte damals das Gefühl, genug über den Islam erfahren zu haben und ging dann auf Islamforen, um mich zu unterhalten mit Muslimen und Muslimen, um zu lernen, wie Muslime selber mit diesem Wissen umgehen und die in in der heutigen Zeit den Islam implementieren. Und das stellte sich sowohl als Enttäuschung, aber auch als Problem heraus, weil die meisten gar nicht belesen waren. Die wiederholten nur, was ihnen ein anderer Muslim, den sie Sheikh nannten, gesagt hatte. Das ist für mich ein Problem, weil ich erkannte, dass die meisten wussten, die über den Koran gar nicht gelesen hatten und wenig über den Inhalt wussten. Auch wenn die konnten ganze Passagen daraus vortragen, in einer Sprache, die sie gar nicht verstanden haben, nämlich Altarabisch. Und die, die nicht müde wurden, das auch zu tun, obwohl sie kein Altarabisch studiert hatten und nur so ungefähr eine Ahnung hatten, was sie da gerade vortrugen. Wenn hingegen, wenn ich dann in Diskussionen den Koran oder die Sunna zitierte, dann wurde ich rausgeschmissen, weil ich unpassende, problematische oder falsche Stellen zitiert habe. Weil dieser Inhalt den anwesenden Muslimen peinlich war. Und Mangels Argumenten war halt für sie die Zensur die Lösung. Und das stellt ein Problem da für jemanden, der ein Buch komplett liest und als Ganzes sieht, aber dann auch isoliert einzelne Passagen zitieren kann, weil ja die Quelle ein angeblich perfekter Gott sein soll, der eigentlich keinen Kontext brauchen sollte. Und die Reaktion der Muslime in den Foren? Ja, das war ein Problem. Weil ein Nicht-Muslim Freiheiten hat, wie freies Denken und freie Meinungsäußerung. Ein Anhänger des Islam hat das nicht. Und für mich sind dann Tensur und die Androhung von Gewalt ein Problem. Der Islam hat anscheinend keine überzeugenden Argumente und bedarf ständiger Wiederholungen von Drohungen und Nötigung, von Missrepräsentation, von Verleumdung, um Menschen bei der Stange zu halten. Das ist für mich ein Problem, da ich erwarten würde, dass ein perfekter Gott, der beste aller Götter und aller Schöpfer auch die besten Argumente haben müsste. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Und ich habe bald gemerkt, dass der Islam keine Argumente für die Existenz dieses Schöpfergottes hatte, sondern lediglich Drohungen und Zensur. Naja, das ist ein Problem für mich. Wenn jemand nichts über den Islam weiß, kann diese Person auch nicht zur Rechenschaft durch den Gott des Islam gezogen werden. So weit, so gut. Also wenn ich nichts weiß über den Islam, dann kann ich da auch nicht in die Hölle oder sonst irgendwo hinkommen. Und das ist ja okay. Jetzt kommen aber Dawaganten, also Leute, die den Islam verbreiten und erzählen einem irgendetwas Idiotisches. Und damit weiß man ja jetzt etwas über den Islam und wird bis in alle Ewigkeit gefoltert, wenn man den Blödsinn der Dawaleute als solchen empfindet und den Gott des Islam links liegen lässt. Weil ja Dawag eine Einladung zum Islam darstellt, egal wie dilettantisch oder absurd oder einfach nur gelogen. Und das stellt ein Problem dar. Für mich. Denn dieses Verhalten ist im krassen Widerspruch zu anderen Attributen des Islamgottes, der sich zum Beispiel als der barmherzigste Gott überhaupt darstellt. Im Koran. Da scheinen dann andere Götter weniger barmherzig zu sein. Laut Koran. Nur wäre dann die Maximalstrafe, nämlich die Hölle, logischerweise nicht möglich. Es gibt sie aber. Das ist ein Problem für mich, dass ein angeblich perfekter Gott so dermaßen ungebildet, so grausam, unlogisch und widersprüchlich sein kann. Wie kann ein Gott etwas sagen? Und wenn ich sage, das passt mir nicht, dann kommt ein Moslem und sagt mir, ja, aber im Koran steht ja hier an anderer Stelle genau das Gegenteil. Als ob sich das irgendwie gegenseitig aufheben würde. Für mich ist das einerseits ein Problem, dass ein Gott so etwas Grausames sagt und dann ist es ein Problem für mich, dass an anderer Stelle das Gegenteil steht. Das geht doch nicht. Wie kann ein Gott aus dem frühen Mittelalter uns Menschen heute diktieren, wie und wann ein Mann seine Ehefrau schlagen kann? Oder wie man Sklaven und Sklavinnen behandeln soll, mit welchen, unter welchen Umständen man Sex haben darf? Das ist doch absurd. Wie kann es sein, dass Menschen erwarten, dass ich mich heute der Rechtsprechung der Gesellschaft, der arabischen Halbinsel vor tausend Jahren unterordne? Da habe ich ein Problem mit. Weil ich niemals auch nur ein Stückchen der Scharia akzeptieren kann und werde. Wenn dann Anhänger des Islam die Freiheiten eines nicht-islamischen Landes nicht akzeptieren können und mit Gewalt versuchen, den Islam zu verbreiten und einfach nur zu implementieren, durch Zensur jegliche Islamkritik zu unterdrücken, dann habe ich damit ein Problem. Ebenso, wenn friedliche Menschenansammlungen abgesperrt werden müssen, weil irgendein radikaler Fundamentalist einen Lkw in die Menschenmenge fahren könnte. Bin ich der Einzige, der da ein Problem sieht? Warum können Muslime so etwas nicht verurteilen? Warum können die nicht einfach sagen, jawohl, ich stimme dir zu, ich habe ein Problem damit, wenn im Koran drinsteht, dass der Mann seine Ehefrau schlagen darf. Wenn das im Koran steht, dann muss das verurteilt werden. Das ist etwas, was nicht zu meinem Gott passt. Das ist etwas, was nicht zum Islam passt. Also verurteilen wir Gewalt im Koran vor allen Dingen, dass der Ehemann seine Ehefrau schlagen darf. Das ist doch nicht so schwer. Aber guck mal, es gibt eine lange Liste von Gründen, weshalb, und das waren ja nicht alle, die ich habe, weshalb ich ein Problem mit den Ideen im Islam in seiner jetzigen Form habe, den schlechten Ideen. Ich meine, das war ja nur ein Auszug, den ich gerade gebracht habe. Und was ich hier und heute gezeigt habe, ist ja nicht das große Ganze, sondern halt, sondern halt nur so eine kleine Auswahl. Also das, was mir sofort einfällt, ohne weiter nachzudenken. Ich bin sicher, dass wenige Minuten, nachdem das Video online ist, mir weitere wichtige Beispiele einfallen werden, warum ich ein Problem mit dem Islam habe, mit dem politischen Islam. Nicht mit den Menschen, nicht mit den Muslimen, sondern mit der Ideologie, dem politischen Islam. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals ein Video machen werde mit positiven Aspekten des Islam. Wir haben das mal, wir haben mal eine Sendung gemacht von der Gin & Tonic Show, wo wir nur positive Aspekte des Islam einfach mal aufgezählt haben. Die gibt es. Man muss lange suchen, aber es gibt sie. Und deswegen bin ich mir sicher, auch wenn ich dieses Video machen werde, dass es erheblich kürzer sein wird als dieses Jahr. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in irgendeinem Video mal wieder. Bis dahin, ciao for now.